Klopf, klopf! Wer ist da? Der Schwätzig ist nicht. Ich mag's schweigsam. Schweigsam und gemein. Das sind die Menschen, die mir gefallen. Er hat sich sein Messer geschnappt. Hat ihm das Ohr abgeschnitten. Gutes Kind. Fick. Geh ich. Ich muss was essen. Ich auch. Hi, Zoe. Lernschwester im ersten Jahr. Queens Community. Frischfleisch. Ich hab die letzten drei genommen. Die hier gehört dir. Verpiss dich, Mohammed. Nicht böse gemeint. Dieser junge Mann, der ist jetzt tot. Und das ist alles nur ihre Schuld. Oh. Dr. Cooper hat mir heute an die Brust gefasst. Hat deine Brust damit angefangen? Ist das Taxi frei? Haben Sie eine Meise oder was? Oh, nee. Ich bin total verknallt in Eddie. Damit Sie's wissen, wir vögel jeden Tag um zwölf. Wenn Sie das jemandem erzählen, werde ich's leugnen und sie aufhängen und verbluten lassen. Passen Sie auf sich auf. Fick dich. Diese Wiederbelebungsversuche sind doch ne üble Schweinerei. Du bist eine verdammt bösartige Frau. Ich hätte dich beinahe getötet. Du küsst uns so doll. Ich finde, Sie sind eine Heilige. Nur, dass Sie's wissen. Ich kann's nur wiederholen. Mach mich gut, Gott. Aber jetzt noch nicht.